So, bei dem völlig zu warmen Wetter kommen wir oder herzlich willkommen wir zu Doom Eternal Level 3 oder Map 3 oder Aufnahme 3 oder Folge 3 oder Dreierlei 3. Okay, vergütet es. Aus Ende für die Dome. Ähm, ja, kommt immer wieder. So. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Oh, man liegt wieder am Park. Wow. Kann man hier durchschießen? Ja, kann man. Ist das wirklich geil? Haha. Könnte noch mehr? Oh, ja. Na gut, der macht mir jetzt nicht allzu viel Angst. Boah, Alter. Feierabend hier. So, was steht da so an? Also gar keine? Beziehungsweise mal lichträchtig, außer um das hinzukommen. Ja, unser Freund ist natürlich jetzt erstmal schön gestorben. Danke dafür. Okay. Äh, gut. Ähm, okay. Sicherheitsschleuse? Oder Luftschleuse? Äh, okay. Äh, okay. Was? Boah. Hä? Hm, schade. Ähm. Oh. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verharschen? Wollt ihr mich? Oh mein Gott. Ihr seid doch krank. Huh, ha. Okay, das war's. Ähm. Oh, ihr braucht gelbe Karte? Okay. Okay. Oh mein Gott. Wir haben keinen Rocket Launcher. Oh. Ey, was ist denn das hier bitte? Was? Oh, da ist noch was. Hm. Okay. Also zwei Digse Booms da und zwei Shotgunner. Ich meine, Shotgunner sind ein Witz. Schade, man kann dich hier auch nicht manuell wieder zu machen. Das heißt also, es wird doch sehr gefährlich. Tschüss. Haha. Okay, ist wieder zu. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Wow. Oh. Oh, ja. Kommt jetzt noch ein paar oder was jetzt? Arschloch. Boah, hallo? Sieh, dein Schicksal endlich mal ins Gesicht, du Arsch. Oh, hier brauchen wir was blaues. Okay, hier sind wieder zwei Türen. Boah. Alter, wird jetzt hier ein Dabier rund oder was? Äh, ich spreche aber ganz kurz. Bam. Oh, einfach mal safe is safe. Opa. Äh, okay. Boah. Okay. Dass man diese Türen aber auch nicht mal nur eins schließen kann, ist natürlich sehr ähm... Boah, elf Secrets, sollt ihr mich verarschen? Wie kann jeder für diese Scheiß wenden? Kann kein Secret sein hier. Oh, oh. Also das ist auf jeden Fall ein Secret. Oder auch nicht. Schon wieder eine Tür. Oh, Rocket Launcher. Dann können wir nachher für diese, äh, für die sie beim Rotgut gebrochen. Äh, hier ist schon eine Tür. Mann. What the fuck? Ja, da doch selber. So war Schrotzflitten. Mal Schrotzflitten. Mal Schrotzflitten, dann sind sie wieder voll. Endlich mal eine Tür, die anders aussieht. Okay. Oh mein Gott. Ah. Kann ich da rüberfahren? Ja, kann ich. mal springen. Weil springen ist ja nicht legitim. Was denn, wo denn? What the fuck? Oh, Alter, ist jetzt hier weg. Oha, kann ich hier runter? Oha, war natürlich klar, in dem Moment, wo der Typ kommt, nehme ich erstmal die scheiß Minigun auf. Sollt ihr mich denn verarschen? So, danke. Ich muss unbedingt noch gucken, wie ich dieses Auto switch deaktiviere, dass er mal eine neue Waffe aufnimmt, der automatisch zu ihr wechselt. Ist nämlich ein bisschen dämlich. Hast du noch mehr? Ja, na klar. Danke dafür. Eine Rüstung. Sonst gibt es hier nichts. Oh no. Okay, jetzt muss ich schon mal wieder hoch. Alles andere, äh... Sieht erstmal nicht plausibel aus. Oh, nochmal speichern hier. Gironimo! Äh, und jetzt... Gironimo! Achtung, kacke, wollte ich mich verarschen. Wechseln! Wechseln! Ähm... Na klar, deswegen will ich das aufsammeln. Das ist natürlich super. Ähm... Hä, wo kam ich überhaupt her? Ach na klar, wir arbeiten wieder mit versteckten Räumen. Ähm... Äh, wo jetzt? Ach da, okay. Gironimo! Hä? Da ist definitiv in den Raum. Ah, wow! Ich leck mich doch am Arsch. Okay. Das hier lässt sich wie gesagt erstmal da. Ähm... Und dann... Ja, okay. Äh... Prr! Wo jeweils nichts ist denn? Hm... Okay, ich geh erstmal hier die Tür lang. Die sieht auch erstmal relativ safe aus. Wow! Okay, wow. Wow! Okay, wie es aussieht kann man hier hinten rum und dann da rein. Sollten wir vielleicht nochmal versuchen? Oh, bitte was? Wow, 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 wow. Alter, natürlich jetzt muss der Ruckler kommen. Und ich natürlich vergessen nachzuladen. Boah, alter, leck mich doch mal am Arsch hier. Noch einer? Nee. Oh, da ist einer, der unsere Hilfe braucht. Ach, da ist jetzt noch einer. Äh... Gut, dann gehen wir erstmal hier rum. Gut, dann gehen wir erstmal hier rum. Das war's für heute. das ist definitiv soweit gut ich versuche jetzt mal an den typen da ranzukommen dann müsst ihr den anderen weg lang sein wenn ich das hier richtig einschätze ja aber kann ich rüber laufen doch nicht ach so der war es gerade quasi auf ihn drauf gelaufen bin okay nochmals gleiche nur in schwarz gut da hinten ist die rote karte müssen wir daran muss ja nein ich wollte es wieder vor da gewesen das heißt verstehe muss also jetzt bin ich ja wieder hier Ah lol! Okay, das ist geil. Oh, alle weg. Danke! Was gibt's hier? Außer die Karte muss man wahrscheinlich nicht rankommen. Ja, springen jetzt nicht legitim, ich weiß, ich höre schon auf. Ähm, gut, Shotgun, äh, Rocket können wir gut so brauchen. Shotgun eher weniger. Ähm, und jetzt? Ich mein, hier ist der Schlüssel, aber wie kommen wir ran? Nee, kein Schalter. Ja, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ähm, okay. Ähm, okay. I'm a little confused. Ja, langsam am gleichen Ort. Hey, aber jetzt gibt's die drunter. Mach ich nicht doch. Okay. Hä, ist das? Jetzt kann ich gar nicht durchlaufen. Äh, lol, okay. Da ist eine transparente Wand. Nur beim letzten Stück ist keine Wand. Ist ja auch geil. Na gut, okay. So, wir haben immer noch gar nichts. Also keine Karte, kein nichts, kein... Oh, da sind drei Teleporter. Okay. Äh, malo, äh, da. Also mit drei Teleporter, dann versuche ich mal, ähm... Also bis zu drei. Keine Ahnung, ob sie total verschiedene sind, aber... Nee, sie gehen immer hier hin. Und runtergegangen ist jetzt hier auch nichts. Da versuche ich jetzt mal noch von der Seite zu gehen. Äh, okay. Hä, hier ist auch eine andere Wand. Da ist eine andere Wand. Ah. Äh, lol. Hä? Aber ich muss hier, ich gehe jetzt hier eh wieder runter. Oh, wow. 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 Okay, gut. Lassen wir das. Weil es ist so scheiße warm. Ähm... Moment, ich war hier ein bisschen Tür, kann es sein. Aber eine, wo wir noch nicht raus können. Na gut. Das war gerade eine Fehl-Auslösung, das wollte ich nicht. Ich nehme erstmal wieder raus, dann gucken wir mal bei den anderen Türen. Ja, wir haben keine blaue Karte, wir haben keine gelbe Karte, wäre wieder gut dann. So, das hier war der Raum mit den roten Typen. Genau. Was? Warum bist du denn unten? Was machst du denn da? Was? Wo bleibt eigentlich unser blauer Typ? Hallo, eher der blauer Typ? Wo bist du? Nein! Och, boah, alter! Da ist... Die Wand hat mich abgebremst. Wo bist du denn jetzt, ja? Hm. Auf jeden Fall nicht hier. Oder ist er hier runtergefallen? Ja, da ist er. Och, ernsthaft, Junge. Äh... Voll normalerweise teleportieren die sich dazu, einem ab einer gewissen Entfernung. Aber irgendwie scheint die ihm das gerade gar nicht so zu jucken. Und jetzt her? Ah, geht doch. Ah, zerbarmt. Nein! Boah! Alter, ich krieg hier noch ne Krise. Äh... Perfekter Ficky, Fick, Fick, Fick. Wo bin ich jetzt? Halt, Stopp, aus, ich möchte das Ganze nicht. Da. Oh, Mann, was soll denn der Mist? Oh, Alter, nee, 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 das ist mir jetzt... Also, ne, also... Ach komm, leck mich. Auf die Typen zu verlassen bringt ihr absolut nichts außer Teilverschwendung. Ich hab noch Raketenwerfer. Auch wenn die mehr aushalten, als ihr mir lieb ist. Oh, Alter, Scheiß, Scheiß, diese Monster. Was? Oh, nein, 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 nein. Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Klar, noch einer. Noch mehr? Ah, dieses Level mag mich nicht. Und das bei dem Wetter. Ah! Was? Oh, Mann, ernsthaft jetzt? Noch einer? Ja, muss ja sein. Hat er mich jetzt getroffen? Nee, ne? Ist auch egal. Wow, das Ding ist hier nicht runter? Och, nee, 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 nicht noch einer. Ich hasse dich. Und wie es immer ist, ist es immer eine gerade Zahl, also muss hier noch einer sein. Ja, war doch klar. So, hier unten wäre ein Schutzanzug. Du denn mit der blauen Perle. Ähm. Mit. So, okay. Äh, da ist keine Tür. Doch, da ist halt, ist da was blaues? Ja, das ist eine blaue Tür. Äh, da ist aber auch noch mal eine Tür. Ich schätze mal, wir gehen erstmal in die Richtung. Ich höre in die gelbe Karte. Keine Ahnung, ob man da rankommt. Oh, es geht Wind. Naja, ein bisschen. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe und dumm halt. Das ist traurig. Okay. Eronimo. Okay. Nein, ist keine Falle. Ist sowas von keine Falle. Könnt ihr mir doch nicht erzählen hier. Ah. What the Scheiße. Boah. Aber hier ist grad was passiert, oder? Ah, lol. Oh. Och, nööööööööö. Ey dann löst ich hier lieber die Falle aus. Hehehe. Oh, das ist wirklich ne Falle. Ey, wär auch dumm, was ich nicht. Aua. Das tut doch weh. Das tut doch weh. Alter, ernsthaft? Wer findet denn so einen Rotz? Jetzt bin ich wieder hier. Ach, legt mich doch. Wo war ich denn jetzt gerade? Wo war ich denn jetzt gerade? Boah, was? Ihr wollt mich doch alle hier verarschen. Da ist noch einer natürlich. Von hier kommen die. Ach, sieht man, ist doch eine Tür gewesen. Boah. Ah, die Räume, die wir vom Anfang aus gesehen haben. Geiler Matto. Brauche ich gerade alles nicht. Hier ist auch wieder so eine Wand, so eine Kante. Zum Glück fallen die immer extrem schnell auf. Zumindest wenn man hier diese Zektur... Hier ist auch so eine Kante. Mann, wie weit sind Karten. Aber gut, wir haben keine Verschwendung. Ich dachte schon, ey, wollte ich gerade hier schon wieder... Wollte ich gerade schon, ne? Also, wollte ich gerade... Wir haben immer noch keine einzige Karte. Ich gehe da hinten mal nachher rein. Wollt ihr mich ruinieren? So, hier haben wir alles, oder? So, da hinten war wieder so ein Kako-Demon. Quatsch, nicht Kako-Demon. Hier. Na, so ein Fatman. Das hieß aber auch auf der Schalter eckig. Ach, Mann, ja. Ah, lol. Ähm, okay. Ein Schalter. Okay, jetzt kannst du bitte nochmal, ohne die Shotgun-Dinger da aufzusammeln. Also, erst das Ding hier auswählen. Bam. 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 Was auch immer der Schalter gemacht hat, ich habe keine Ahnung. So, zuallererst... Danke dafür. So. Äh, liegt hier was? Nein. Danke, was ist das für eine Decke? Nice. Wobei ich ja mal denke, dass diese... Dass dieses, ähm, Shadowing, also dieses, das... Ja. Äh, nicht gewollt ist. Macht das, würde zumindest keinen Sinn machen. Okay. Hier geht es einfach um die Ecke. Oh, dann ist das die blaue Karte. Wow. Wir wissen, wo die gelbe Karte ist, wir wissen, wo die blaue Karte ist, aber wir kommen an keine von den Beinen ran. Alles deine Schuld. So, da ist auch nochmal schön Munition. Also Shotgun-Munition gibt es echt eine ganze Menge. Gibt es dafür, glaube ich, aber hier waren. Ne, keine Chance. Kein Secret, schade eigentlich. Was ist das für eine komische Raumkonstruktion? Ach, denn. Hier, die eine Wand hier, die geht ein bisschen zurück. Aber auch nichts. Ich weiß nicht, was ist denn hier los? Ach, leck mich doch alle. Schaut mal diese Schwuchtel an, wie das Schwuchtel, Schwuchtel kann. Ich habe vorhin einen mit zwei Schüssen erledigt und bei dem brauche ich mehr als drei? Wollt ihr mich verarschen? Wer findet denn sowas? Boah, wo bin ich denn jetzt hier? Ja klar, ganz am Anfang. Hä? Ach da. Boah, Alter, jetzt war ich auch noch ein paar Götz hier. Äh, oh Mann, ey, das gibt es doch gar nicht. Ich wollte doch alle verarschen, wollte mich doch. Ja, war nicht schlecht dir. War nicht schlecht dir. Ich werde meinen, dann. Ich werde mich auch noch ein paar Götz hier verarschen, weil ich auch noch ein paar Götz hier verarschen kann. Ach so, hier geht es doch noch weiter. Äh, oder ob nicht? Ah, nice. Hier ist man wieder. Hä? Der Raum war aber vorhin noch nicht da. Ihr wollt mich doch ruinieren. Was? Bitte was denn? Wo denn? Ähm. Ähm. Ja. Ein Schalter. Ein Schalter. Oh, ne. 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 Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, boah. Alter. Digga, what the fuck? Oh, ne. Alter, es ist immer hier ein bisschen heftig, ne? Was ist denn jetzt schon wieder los? Holy moly 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 moly. Was? Was? Wo denn? Ach, da. Ich war wieder... Boah, Alter. Ich hab an der Fresse der Seite geguckt. Meine Fresse. Fuck the shit, I'm out. Yeah. Fuck the shit, I'm out. Oh, ha. Da kommt sich voll komplett verkackt. Mann. Oh, mein Gott. Das wird ein langes Level. Das weiß ich jetzt schon. Was ist jetzt schon wieder los? Okay, spring rüber. Okay, ich schaff gar nichts mehr. Yay. Ich hab das Sprengen und das Laufen verlernen. Komm mir grad vor, wie bei Pokémon. Wo du eigentlich keine Fähigkeiten erlernst oder eine andere verlernst. Ja, leck mich doch, du holen, so. Steins, oder was? Ja. Ah, ich gut würde. Ah, danke. Danke. So. Und jetzt in aller Ruhe hier die Fisch erledigen. Äh, ich hoffe mal, das funktioniert. Nein, da. Nein, da. Na, kommt der. Hello. Ach, die können doch nicht raus. Ach, leck mich doch. Wir müssen das nicht mal vier sein. Versteck sich schon wieder irgendwo einer. Oh, der ist schon gestorben. Kann natürlich auch sein. Okay, wir haben endlich mal die gelbe Karte. Dann klemmen wir ja jetzt, ähm, da rein. Alter, das Level hier, ne, das ist aber echt. Ähm, okay. Ach, leck mich doch. Ja, komm, schieß. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Wuhu. Danke dafür. Okay. Gibt's hier was? Nein. Wenn, ist was? Hier. Äh, wo noch nicht? Sag mal. Ach, leck mich doch. So, das ist auch noch eine Einkerbung. Ach, ich, wow. Äh. Ähm, bitte. Ach, das war das, was wir für den Lack gelaufen sind. Nee. Doch. Nice. Ähm. Ah. Ich fick euch so den Arsch. Ihr wollt mich doch verarschen. Erhalt, nee, da. Okay, komm, wir mal klicken. Zwei Revenants. Das wird ein Spaß. Ah, ja, kommt mal her. Kommt mal her. Ähm, hallo? Ach, wow, die können ja gar nicht raus. Nein! Oh, my, wow! Ja, eben, das sind ja Stufen, die können ja gar nicht raus. Ah, super. Ähm, kann ich da raus? Ja, kann ich. Ist das eine gute Idee? Ja, doch, mach ab hier runter. Okay, sehr schön. Oh, das ist ein Schalter. Ähm. Ah! Ähm. Bist du was? Wir spielen ja immerhin Doom. Was? Oh, Alter! Ah! Ein Secret. Yay. Ach, das ist der Raum, wo der Schalter drin ist. Boah, Alter! Ist ja schon ein bisschen heftig, ne? Okay. Hier, der geht's weiter. Ähm. Ja, das war natürlich, äh, Mann, dass man hier mit dieser Kackkugel so aufpassen muss. Okay, also erstmal. Oha. Oha. Hä? Hier war doch noch ein anderer. Ich hab doch noch so eine komische, größere Stimme gehört. Hier von diesen, äh, Hellknights oder was auch immer. Oha. Hallo? Da hinten ist auf jeden Fall der Schalter. Da wollte ich nicht gucken. Das kennen wir bereits. Hoffe ich zumindest nicht. Gut, dann haben wir jetzt die blaue Karte auch noch. Da können wir uns in die blaue Tür gehen, Alter. Das levelt sich schon wieder viel zu lange für meinen Geschmack. Ja, bleib halt da. Achso. Oh, noch so ein Raum? Ach, ich hab keinen Bock mehr. Oh, ne Rüstung. Klappe. Wer findet die Dinger? Oh, kann man hoch? Ah, was mach ich denn da? Ich soll wohl noch, ich soll wohl noch gemütlich sind. Arschloch. Äh, hier kann ich nicht weiter? Doch, kann ich. Oh, der schlitz. Boah, ich bin jetzt schon abzuschlitzen. Na, super. Ey, wir haben mehr als die Hälfte der Gegner. Wow, wird doch mal nochmal Zeit hier. Alter, was ist das für ein Level, ey. Ich glaube, mit Doom Eternal mache ich erst weiter, wenn es sich wieder abgekühlt hat. Das ist er hier. Ach, du Scheiße. Wollt mich verarschen. Hä? Ey, wisst du was? Guck mal hier. So, wo war jetzt die Mini-Gunner? Kannst du sein, als wenn sie hinter mir wären? Äh, die sind links hoch. Okay. Einschalten. Ah, lol. Fährsteuerung. Äh. Ähm. Ah, okay. Und damit habe ich jetzt wahrscheinlich das Ding da hinten auch gemacht. Ach du Scheiße. Ich habe die doch, ich wollte die doch, habe ich nicht, habe ich? Na klar habe ich. Ich bin wieder geboren. Klappe. Ta-da. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ach, manche überzieht die Dinger, stimmt ja, da war ja was. Alter, hallo, wie... Klar, der vierte Schutz ist natürlich überhaupt gar nicht. Alter, meine Fresse. Bleibt halt doch bei der Minigab. Ja, komm her. Hallo. Okay. So, hier haben wir jetzt eine rote Tür. Hä, hier ist noch was. Hm. Na gut. Lassen wir erstmal. Ähm. 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 Erinnert mich an so ein Waschsalon? Och, nö. Och, nö. Obwohl, die Karten haben wir doch. Oder auch nicht. Ähm, okay. Boah. Boah. Na klar, jetzt kommen die. Da sind ja zwei. Hier komm ich auch nicht weiter. Komm ich auch nicht weiter. Na gut. Okay. Operation fliegt euch ins Knie. Ah. Boah, man, diese Treppe. Dass man da so runterrutscht, ey. Das sind drei Dinger? Interessant. So, was mache ich jetzt mit euch? Ja, komm her, komm hoch. Jetzt haben wieder zwei Schüsse gereicht. Ich blick das nicht. Feierabend hier, ey. Das geht doch nicht mehr normal hier. So, denkt man auf Schottgang-Munition. Äh. Rocket Launcher, das hier. Yay. Okay. Ach komm, hier. Komm mal her damit. So. Ach, das kenne ich doch hier aus. Ich weh gar nicht, wo das war. War das Hexen? Wetten? Wenn ich jetzt in einen reingehe, gehen die anderen beiden zu. Zuerst kommt Blau. Dann nehme ich am besten nochmal Blau. Sag ich doch. Wow. Okay. Äh. Jetzt haben wir einen Blauen Skull. Ich kam kurz auf die Steuerungstaste. Ja. Das ist natürlich auch kompliziert. Ähm. Aha. Weil eigentlich ist diese Textur für diese Blauen Karten gedacht. Das macht das Ganze echt verwirren. Hoffentlich nicht doch am Arsch. Ach so. Da brauchen wir wahrscheinlich einen roten Skull für. Wow. Du Kacke. Der ist ja gut. Jetzt komm her. Meine Güte. Ich geh erstmal hier ran. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich glaube ich werde bleiben erstmal bei der Super Shotgun. Ah, Schalter. Moment schon mal. Hast du das Ding geöffnet? Nee. Schade. Äh. Oh Gott. Ah, okay. Okay. Das heißt, hier gibt es noch einen anderen Weg, der gleich lang führt. Jawoll. Das ist doch easy. Das ist doch easy. Warum sind hier so viele Linien weiß? Sieht das schon wieder aus als nach einer super Extremfalle. Da war doch klar. Ah. Noch ein Schalter. Wow. Halt nicht so schnell laufen. Und noch eine Tür. Äh, und jetzt? Also hier ist hoffenweise Sachen, die sich öffnen können. Die ganzen weißen Linien sind alles Tore. Die Frage ist nur, wie öffne ich die? Auch nicht. Hä? Puh. Ich bin verwirrt. Geht auch kein Schalter? Doch, gegen schlimm. Keine Ahnung. Ja. Ah, lol. Ich habe mit dem Schalter die Dinger hier wieder geöffnet. Kann das sein? Ja. Leute, das heißt also, jetzt habe ich zwei Karten in einmal bekommen. Interessant. Boah ey, das ist schon wieder so. Okay. Ach, jetzt haben wir die rote Karte bekommen. Die rote Skull. Was heißt? Ich kann jetzt das Ding aufmachen. Ja, hier bin ich falsch. Wow. Hä? Ach, willst du mich verarschen? Ich habe doch Gelb. Ach, verleckt mich doch. Gut, dann gehen wir doch erstmal die anderen Räume rein. Mal gucken, was da ist. Die Karten dafür haben wir ja jetzt. Oder die Skulpe. Na klar, das Ding kann ich öffnen. Ist doch schon wieder hier. Ist doch Betrug ist das doch, oder nicht? Ähm. Oha. Oha. Wegen dem Ding kann ich mich schon wieder nicht bewegen hier. Ach komm her, leck mich. Oh. Ich habe Impfs gehört. Ne, ne? Ja, das ist sowas für eine Falle. Ähm. Hehe. Wow. So. So. Die Frage ist nur, wo komme ich hier weiter? Oha nicht. Hä? Ach. Wow. Ah. Okay. Okay. Ach, Mann. Ach, nö. Das klingt nach Ärger. Das klingt nach mächtig Ärger. Hallihallo. Tschüss. Ich liebe euch alle. Digga. Ich habe beide mit einmal erwischt. Nice. So, ich habe jetzt noch überlebt. Ey, der hat sich echt alle selber umgebracht. Ist das geil. Ha. Loops. Ähm. Einen kann ich nur noch nehmen. Okay, aber schon was dann. Also Shotgun Munition habe ich echt massig. Oha. Oha. So. Jetzt braucht ihr den anderen Raum. Oh Gott. Ja, noch 50 Gegner. Brrrr. Das ist aber... Hier hat aber jetzt eine schön viel Bereich. Oder Außen. Och, leck mich doch. Nicht in der Wand drinne. Oh, alter. Ernsthaft. Okay, jetzt mal hart speichern. Ach, nö. Aha, bis hier. Boah, alter. Leck mich. Sind das dann mehrere Räume oder was? Geronimo! Super. 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 Okay, klingt ruhig. Alter, wir haben nur 80% gelegen. Das ist ja absoluter Teethwert hier schon wieder. Ah, noch mehr fallen? Nein. Okay, jetzt sind wir hoch. Hallo? Halt, hier ist noch was. Oh, Mann, Alter. Ich freu mich schon wieder. Ich freu mich schon wieder echt hart. Digga, was ist denn schon wieder? Okay. Ich dachte, wir hätten den gehabt. Wisst ihr was? Oh, Mann, Alter. Hier auch wieder? Ah! Okay. Wow! 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 Was denn jetzt so wieder hier? Könnt ihr einmal alle die Fresse halten hier? Wo bist du? Da unten? Boah, Alter! Da kriegst du den Kind. Okay. Kann man... Du bist also auf jeden Fall? Oh, das nix für mich? Ich... tasty gar nicht Maul désert riechst. Au re experiences. Woo o o o o o o o o o. Ach. pullter raus! aso rور. favors. Da geht was runter. Das ist selten gut. Hallo? Ähm. Ah! Schon wieder was runter. Mann, oh, Bock mehr. Tschüss! Hä? Hä? Okay. Was ist das jetzt hier? Boah, what the fuck? What the... Nani! Alter, was ist denn hier los? Oh Gott. Ich bin gefickt. Ja, komm. Bring euch alle klar rum. Tschüss! Nicht du, der dahinter. Perfekt. Hä? Ich wollte gerade fragen. Ah, danke. Kann ich gerade gut gebrauchen. Ja, trapp an, Mädel. Boah. Ich mag dich, aber du bist ein bisschen aggressiv. Trink mal mehr Tee. Geht doch. Ja, nein, halt. Gibt es noch Healthpacks irgendwo? Keine Ahnung. Wo waren wir denn jetzt gerade? Äh... Hier? Nee. Geh ruhig lang. Geh mich noch erst mal auf. Da ging es weiter. Okay. Ah, hier ist auch noch ein Healthpack. Nee, halt. Falscher Raum. Es ist so dunkel hier auf einmal. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, okay. Gut. Äh, ja und jetzt? Ich weiß noch nicht so recht, was wir jetzt hier machen sollen. Ach, jetzt ist der Decker-Tucato, Alter. Mann. Vom Ringen wie Traufe. Aber wir haben nur noch 20 Gegner. Und 80 Grad zum Schatten. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. So, hier kann man hoch. Ja, kann man. Ach, Manu. Ähm. Okay, langsam sollte man aufpassen, nicht mehr alles hier aufzusammeln. So, reicht. Okay. Und ein schöner Schalter. Was der wohl macht? Warum ein Cyberdemon? Warum macht man sowas? Oh. Das war nicht. Ich will nicht. Ach, man kann ja noch raus. Ah. Lol. Okay, man kann ja auch noch raus. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, ähm. Okay, ich versuche, was mal die alle aufeinander zu hetzen. Da hinten ist... Ist das da ein Scheiter, oder? Äh, ja doch. Ja, doch. Das sieht aus wie... Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das Ding aktivieren kann. Wow, natürlich. Wenn man alle Griffen wird zu speichern, ist das natürlich keine gute Idee. Bitte schießt mich nicht. Bitte schießt mich nicht. Ja, man kann. Ja. Okay, man kommt hier auf jeden Fall weiter. Gut, das heißt, ich versuche, erstmal die Gegner zu erledigen. Wenn das nicht klappt, renne ich einfach durch. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Möglicherweise ist das nämlich sogar schon das Ziel. Das ist doch Exist. Ja, ist das Ziel. Nein, nein, nein. Boah, Alter. Ich bin aber weg. Tschüss. Ach, komm, hier. Hello, masak, hello, masak, hello, masak, hello, masak, hello, masak. Hilfe. Ich wollte nie unfreundlich sein. Äh, keine gute Idee. Ja, ich muss natürlich gegen die Wand rennen. Das war natürlich... Kriege ich den in irgendeine enge Gasse gelockt? Kann das sein? Komm mal mit. Ah, klar. Ach, da. Ach, da. Boah, Alter. Das ist nicht so viel Action. 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 Ich glaube, ich glaube, da warte ich erst mal, bis das Wetter wieder sich einigermaßen akklimativiert. Das ist nicht so viel Action. Das ist nicht so viel Action. Das ist nicht so viel Action.